Im Rahmen der Frage nach der Begründung möglichen Begründungen, gesetzlichen Begründungen, einer Pflicht, sich auszuweisen und zu identifizieren, verweist das Lustige Bundesamt für Gesundheit online unter der Sektion FAQ, Frequently Asked Questions. Frage ist die Ausweiskontrolle nicht Aufgabe der Polizei. Antwort, analog der Alkoholabgabe an Minderjährige, darf ein Ausweis kontrolliert werden, um die Einhaltung der geltenden Vorschriften sicherzustellen. Man denkt, aha, welche sind die gesetzlichen Vorgaben? Die gesetzlichen Vorgaben sind 136 Strafgesetzbuch, dass man einem Kind, also eine Person unter 16 Jahren, keine alkoholischen Stoffe in gesundheitsgefährdendem Ausmass verabreichen dürfe, kommt hier nicht wirklich infrage. Verboten ist nach Alkoholgesetz 41. Auch der Kleinhandel mit gebranntem Wasser durch Abgabe an Jugendliche unter 18 Jahren, also das steht im Gesetz. Und dann kommt eine entsprechende Busenvorgabe, bis zu 40.000 oder was weiss ich. All das, da steht überhaupt nichts drin von entsprechenden Kontrollen oder der Möglichkeit der Kontrolle. Was lustig ist, in der Botschaft zum Lebensmittelgesetz zum Beispiel, heisst es, die Abgabe alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 16 ist verboten. Und dann ist im Kommentar, in der Botschaft weiss nicht mehr, dass es sich bei diesem Verbot um relativ weitgehende Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit handelt, ist dieses Verbot zusätzlich auf Stufe des Stufe Gesetz zu verankern. Also tatsächlich weiss man es und entsprechend wäre notwendig eine Verankerung auf Gesetzesstufe. Es wird, kurz gesagt, es wird verwiesen auf die Situation im Bereich der Alkoholabgabe bzw. der Zutrittskontrollen von Minderjährigen, also unter 18 oder Kinder unter 16. Und das Lustige ist auch da, dafür gibt es ebenfalls keine gesetzlichen Grundlagen. Ein Verweis auf dieses Über-die-Wande-Spielen in anderen Bereichen ist völlig inadäquat. Warum verlangen wir zum Beispiel bei Kindern und Minderjährigen einen Ausweis? Erstens, weil wir sie nicht für vollwertige Mitglieder dieser Gesellschaft einschätzen. Sie dürfen nicht stimmen, sie dürfen nicht Autofahren, sie dürfen ganz viele Dinge nicht. Also sie zählen nicht als gleichwertige wie eine volljährige Person. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir möchten eben gerade nicht, dass sie Alkohol konsumieren. Das heisst, die Kontrolle erlaubt, um sicherzustellen, dass sie nicht tun, was wir nicht möchten, das ist hoffentlich bei erwachsenen, volljährigen Personen nicht dasselbe. Das bedeutet, wenn ich jetzt nach der gegenwärtigen Situation, wenn man von mir erwartet, dass wenn ich essen gehe, dass ich einen Pass vorzeige, dann ist hoffentlich das Ziel dieser Regelung nicht, dass ich nicht essen gehe, sondern dass ich essen gehe, aber eine bestimmte Bedingung erfülle. Aber in beiden Fällen wird über die Bande gespielt. Im einen Fall nehme ich das direkt betroffene Wesen nicht als vollwertig, weil es eben minderjährig ist. Im anderen Fall nehme ich es nicht als vollwertig, weil ich dem nicht vertraue. Es werden Menschen mit Strafe bedroht, die an Jugendliche oder Kinder, also Minderjährige oder Kinder, Alkohol abgeben. Aber die Tatsache, dass die sich ausweisen müssten, wird ebenfalls gesetzlich nicht geregelt. Der Hinweis also des Bundesamtes für Gesundheit, dass es analog für die Corona-Geschichte, analog der Alkoholabgabe an Minderjährige, ein Ausweis kontrolliert werden dürfe, um die Einhaltung zu sicherzustellen, geht also einfach fehl. Fehl! Weil es eben dafür auch, lustigerweise, keine gesetzliche Grundlage gibt. Ich bedrohe einfach mit Strafen diejenigen, die die Kontrollen nicht durchführen, die sie so in der Art und Weise, Identifikationspflicht, eigentlich nicht durchführen dürften. Aber gut, geschenkt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017